naja ihr habt es vielleicht gemerkt ich habe also man merkt es auf den highlights gesagt ich bin ein englisch ist nicht sehr gut was heißt das hier auch naja das heißt mit anderen worten dass also mit dieser challenge mich das nämlich ein bisschen vereinfachen und zwar werde ich jedes mal jedes mal wenn ich irgendwie es verkackt eine spezielle sache und zwar das hier ex kiosk merke ich in der folgen muss was ist fast das gleiche der unterschied war wir waren wir waren fleisch hey ich hab ich hab neues fleisch ich wollte einen neuen member oh ok hat ich habe mein das war ist also das ist ich bin oh boy oh boy how about the nummerelle wenden oh 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 yes oh now is ein bisschen boll all right what what bring it on monika claps her hands together once and starts gesturing sayuri towards her come on fight me take steps towards monika bring it on you son of a bitch okay oh yes 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 monika and sayuri grab each other violently as sayuri quickly takes monika down oh yeah welcome to the club it's always nice to have new members and always i like to stab somebody sure is especially consider how hard it was to get new members in the first place yeah it's 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 okay 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 man kann ja auch mal ein bisschen anders machen i understand where he's coming from internet memes are a really niche form of entertainment from an even more niche culture yeah some good memes they are always good and also fuck me i guess i guess it's kind of cringy so i'm sorry but what's so bad about people being allowed to come together to enjoy something we're not hurting anyone we're not hurting anyone and we're not forcing anyone to join so what's so bad about what we're doing if we're minding our own business i really don't have any arguments left i feel like a big truck actually yeah yeah we're about laughing ben bentering oh 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 Joking and having fun, that's right, and it's for those reasons that we are all in this club today. Well, actually, the only reason I'm in this club is because Natsuki dragged me into this. And besides, what people think about me isn't important. What is important is what I'm going to do. Okay. I just fucking hate this world, and the human worms feasting on its carcass. Yeah, interesting. My whole life is just cold, bitter hatred. This is the time for vengeance, and no one is safe from me. My rampage begins now. Oh boy. Ich hab' schon so oft verkackt. Es ist erst eine halbe Stunde schon vergangen. Oh. Boah. Im Glück hab' ich was mit dem Zupfer geessen. Ja. Oh my. I wasn't expecting this. Dad. Dammit. Dad. osto name. Oh boy. Wadические Sorger刑�. Yeah. Oh boy. Wait, what? Das ist so ein bisschen breaking the fourth wall, because Wait, what? Excuse me, what? Yeah, I'm confused as well. Yeah. Nah, nah. See, das mit. Okay, ciao. Oh my god. All right. Suddenly, my vision goes blank as I feel a potato sack go over my head. Don't move a muscle, punk. Keep it clean, sayuri. You got it, boss. What's happening? Suddenly, I feel a smack and I lose consciousness. Wake up, sheeple. Wake up, sheeple. Ugh, my head hurts. Ah, shut up already. Seri picks me up, slumps me over her shoulder and starts walking outside. Oh my god. Oh my god. Ich fühl mich wirklich merkwürdig. Es ist erst eine halbe Stunde vergangen und ich hab schon 17 Shots. Oh my god. Oh boy. Das wird noch ein schöner Tag. Das kann ich euch sagen. Ich bin in too much pain and confusion towards my complaints about this situation. Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie so betrunken in meinem ganzen Leben. Das ist wirklich ein Schatz. Ich war noch nicht so betrunken. Boah. Wait, Sayori. Yeah. It's the afternoon. Yeah. That means school's over. Yeah. You know how much trouble we're going to be in. Oh, don't worry. I already pretended to be our mouse and called in Sixth Farof's boat. But they'll see us walking in. They sure will. Besides, you're the one who decided not to wake up the whole day. You know how many hours I stood there waiting for you to wake up? Meine Güte, ich fühle mich wirklich so richtig am Arsch. Oh, meine Güte. 17 Shots sind fucking eine halbe Stunde. Das ging zu schnell. Sorry, I really don't know what happened. You really need to get better at taking specs in the head. What? Nothing. nothing much. Just saying out. Oh, my God. Oh, my God. Ich fühle mich so richtig what a fish. Also, mit Sicherheit kann ich sagen, ich werde den Stream etwas kürzer halten als sonst. Oh, my God. Der Stream ist zu kurz. Weil, oh, my God. Ich fühle mich so richtig am Arsch. Ich habe nicht slept in vier Tage. Das wird ein schönes Highlight-Video. Das weiß ich auf jeden Fall. mein 19 Shots on my God. Ich fühle mich so richtig am Arsch. Ah. Ich weiß, ich bin noch hier. Ich habe den Stream. Oh, my God. die fühle mich so richtig am Arsch. Epic! So, I was browsing. Browsing? Nah. Natsuki, I'm talking right now. Thanks. Oh! Sorry. You just sit and chew on your foot for a good 10 minutes. So, there's Apollo of Sol here. On XU, you can get ahead and start on the digestive process and obtain more nutrition that way. You know, I hate myself for this. Because, oh my fucking god! It's... It's in 45 minutes! And I feel like so really am Arsch! Oh my gosh! ich habe jetzt die letzten keine ahnung jetzt irgendwas gemacht oh my fucking god after I ever you have just sit around during your food for a good ten minutes so there's a bottle of salvia on it so you can get a head start on the digestive process and obtain more nutrients that way what the fuck are you talking about Monica ich fühle mich so richtig oh my god kann ich noch mal sagen ich habe hier ohne experiment am laufen wo ich wirklich so meine ganzen so gemacht habe also aufzeichnen eine dieser sachen ist witzigerweise was ich so richtig im Arsch bin so 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 oh my god ich fühle mich so richtig im Arsch so 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 What kind you talking about, Michael? It make perfect sense, Siri. Shut the fuck up. Asshole. BANG! Thanks for returning, Roman. I feel like I'm the only one in this club who actually doesn't care very much about memes. You motherfucking girl. I hate you, not only because of memes. But because I hate you in general. I just hate you, okay? It's just one hour gone. Oh my... Fuck! Da! Himmel! I'm really am Arsch. Oh hey, Hushbuddle hat nur mal... Der will eins gerest. Obwohl der nicht da ist. Nice. Well, she's not entirely wrong. I'll be just... If I wasn't such a scumbag... I'd tell her the truth though. But I'm... I wish I know a protagonist. Damn it! Damn it! Binfideta? Wait... What did I just say? I feel like I was forced to say something. But I forgot what it was. Yeah, yeah. Me too. Okay. Yeah, so, uh... You like chance? Shut the fuck up, Barry! Oh, come on! Don't pretend like you don't like our memes, Yuri. And Sayori told me that the text conversations between you both are nothing but memes, Roman. So, I don't know what you're trying to pull. But! If you just plan on staying around here with your thumbs up your ass, you got another thing coming. Natsuki, you will certainly have a big mouth for someone who listens to Lollicore. Lollicore, is that a fucking thing? Because what a fish? Ernsthaft, that's not a thing that I'm really wondering. There's Nightcore. There's Upstep. There's different things. Lollicore is a thing that I'm really wondering. What the fucking hell? I can see the anger swelling up within the natsuki. You know? What the fuck? What's that? What's that? I don't like that. denn wenn ich irgendwas plane was ziemlich schlimm aus dem külpte habe ich zum glück eine idee wie ich das sozusagen machen kann ohne dass irgendetwas passiert jetzt nicht keine post Monika what does that have to do with anything reeeeee Nethi was war crimes war crimes shadows the class of the window in the room and my ear rumps rupture don't worry guys Roman always reveals his power levels when he's having fun. You can't even smell it right now. The aura coming out of him. Well, that may just be from lack of showering, actually. Wow. Interesting. Siri, just shut up already. Okay, already. So, I have the last... 10... ...minutes, actually, different things made. But now... I have focus hooked. Not to see cat. You're making me look back. Well, it's true, so... But man, I'm glad Monica let me off the hook. I'm glad you're making me look back. I'm glad you're making me look back. I'm glad you're making me look back. Ich habe 26 shots genommen habe, weil... Oh mein Gott. Na ja. Viel Glück beim Special Steam, wo ich mir... Wo ich wollte, wie ich einfach... ...wenn ich verkacke, mir einen Schott reinzugehen... Nein, nicht Wodka... ...sondern eher sauren Comfort. Das ist nicht wie Wodka, aber hat 35% an Alkohol. Und wie man sieht, heißt das, ich habe schon 26 mal 35% Alkohol getrunken. Ich bin wirklich schon am Arsch mit meinem verdammten Hirn. Ich... ...einfach nur, ja, oh mein Gott. Und das Filme noch daran ist, ich habe noch einen Probeshot gemacht. Also nur zum... nur zum probieren, wie sich das... Ja, der Hahn muss laufen. Morgens, Mittags, Abends, ich muss saufen. Aber mit Bier, nicht mit... ...ein Whisky, der eigentlich schon... ...warum auch immer schon zur Hälfte leer ist. Und ich hatte doch extra Wurst zu fressen. ...de ist aber jetzt schon weg. Sie muss unbedingt ausdrücklich sein. Du weißt, was ich meine? Hehehehe. Snorrs und picks meine nö, nö, nö. DonNRWE REEIIIIIE have to do des? Ja. ÄHH. ja willkommen beim schönen stream wo ich mich bitte so richtig schon betrunken habe weil oh mein gott 26 prozent von geht an die bar jahre geht an die bar und bestätten zu sagen fucking sauren kompferd es gibt kein komfort nein es gibt der fucking betrunken also bei diesem spiel geht es aus dem man über ein web meine liebe pengewhip geht es um internet mit wenn du nicht weiß was wir sind gehe aus gehe raus aus diesem stream okay 9 10 und be forgotten in time no matter how hard i try i'll be a wasted life so this is my goodbye wake me when i have the courage shoot cause i'm just good try i am a wasted life so this is my goodbye we're no strangers to love this is a demode divisional poster right that's right these actually have been around since 1989 did you know that and did you know that it is my year where i was born i'm 19 what the internet is that old the world wide web was invented in 1989 after all anyway according to google trends the motivation of posters bring to popular i mean until 2008 but they started falling into irrelemency after 2012 monica sounds get really close to my face and don't tell anyone i got the meme itself and all this information from me know your meme monica monica you know we're right here right monica monica der muss wirklich laufen aber nicht für mich weil ich bin so richtig ich weiß nicht mal welcher tag heute ist das ist einfach nur ein Motivationer Poster NAP 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 clan erm performer O NAP G NAP G BITCH! You know? I like this mod It's about memes? It's about... Well, only memes Well, one thing is sure Soon, this will be over And I will go to the bed And just wonder What the fuck am I doing here? Stop fighting There's Claire a better way to settle this Let's gain money, Claire at Cigure Maybe Fight, Kate Both the body lenders of Natsuki and Monika Relax I say nod silently Yeah Anyway Natsuki could take a deep breath Here's my meme or whatever Beppe I like Beppe Beppe is Beppe Hallöchen Tremi Danke für den follow Du bist wirklich einer der besten Kerlen, die ich je kenne Auch wenn ich schon verdammte 30 Shorts hatte Du bist einer der besten Kerlen, die ich wirklich kenne Weißt du warum? Einfach nur, weil du witzig bist Klug, intelligent Und ich hab keine Ahnung, was ich jetzt in den letzten 5 Minuten geredet habe Also, danke für den follow It's Beppe, der Frau He is cool Der Next Sing nochmal eine Strophe von deinem Lieblingslied Ich tue extra ein anderes Lied Ich tue extra ein anderes Lied Ich tue extra ein andern bis zum Lied Ich nehme extra ein anderes Lied Additional inici ich nehme extra für ich nehme extra für dich selina einander an ein anderes lied ich habe keine ob ich gerade den richtigen bus hoffen auf so um mordet zum bäscher mann's not hat okay messer hat wenn du willst dass ich das ganze das ich gern das ganze lied annehmen warte 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 ein moment so ich nehme das offiziell video also viel glück bei dem selina also auf jeden fall 30 shots oh mein gott ich werde den stream eh bald enden oder singen morgens mittags abend nein ich hab schon pick schack menser hat official music videos schon da also nein mann 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 für weil das ist io ui! ... das ist also Da ist vom Pabing Ja put her rau Das c ovat KₚF alt Das ist das 挫 macht aus Das ist das Ah えers Da ist das Post Es ist hot. Men's 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 ist hot. 3 und 4. 4. 4. Ich weiß nicht. Ich werde ihn sehen. Foss. Foss. I don't sauce. No ketchup. Just sauce. Just sauce. Boom. Ja. 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 Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder vielleicht sogar einen Kommentar lassen. Bis zum nächsten Mal. Euer Derman. Ja.